Hallo und herzlich willkommen bei 1. Medizin. Wissen, was im Körper abgeht. 400.000 bis 600.000 Menschen erkranken an dieser Krankheit, bei der bis zu 50.000 Fälle tödlich enden. Die Lungenentzündung. Heute beschäftigen wir uns mit allem Wichtigen, was ihr über diese Krankheit wissen müsst. Es wäre gut, wenn ihr euch vorher das Video Lungeanatomie anschaut. Eine Lungenentzündung ist eine Entzündung des Lungenfunktionsgewebes oder des Interstitiums. Zum Unterschied kommen wir gleich noch. Sie kann ausgelöst werden durch Bakterien, wie zum Beispiel Pneumokokken, Viren, wie der Influenza oder Pilze. Pilzinfektionen an der Lunge treten meist nur bei geschwächtem Immunsystem auf, wie zum Beispiel bei einer AIDS-Erkrankung. Erst einmal zur Einteilung. Es gibt die CUP, die Community Acquired Pneumonia, und die HUB, die Hospital Acquired Pneumonia. Die HUB betrifft alle Lungenentzündungen, die frühestens 48 Stunden nach Patientenaufnahme auftritt. Die CUP sind alle Pneumonien, die außerhalb des Krankenhauses erworben werden. Eine weitere Einteilung der Pneumonie ist ihre Lage. Dabei gibt es die Lubert-Pneumonie, dabei sind die Alveolen entzündet von ganzen Lappen, oder die Interstitielle Pneumonie, bei der das Bindegewebe der Lunge betroffen ist. Bei der Lubert-Pneumonie handelt es sich meist um eine bakterielle Infektion, wobei es sich bei der Interstitiellen eher um Viren oder Pilze handelt. Wer hat ein erhöhtes Risiko, an einer Lungenentzündung zu erkranken? Zu den Risikogruppen gehören Immungeschwächte, also Menschen über 65 Jahre, Babys, Chemopatienten oder AIDS-Patienten, Immobile-Patienten, Beatmete-Patienten oder auch chronisch kranke Menschen. Die Symptome. Diese variieren leicht nach Lage. Bei der Lubert-Pneumonie treten die spezifischen Symptome auf, wie Atemnot, Husten, Fieber, eventuell Schüttelfrost. Die Atemfrequenz erhöht sich auf bis zu über 30 und die Sauerstoffsättigung sinkt, was zu Cyanose, also Blaufärbung der Lippen, führen kann. Bei der Interstitiellen Pneumonie gibt es eher unspezifische Symptome, wie Kurzatmigkeit, Belastungsdyspne, allgemeines Unwohlsein. Um die Pneumonie feststellen zu können, kann man entweder einen Abstrich machen, um bestimmte Erreger nachzuweisen, eine Blutuntersuchung, welche Entzündungszeichen zeigt und auch ein Röntgenthorax, bei dem man die befallenen Stellen als weiße Verschattungen sieht. Bei der Lubert-Pneumonie kann man die ganzen Lappen als weiß wahrnehmen und bei der Interstitiellen geht es eher diffuse Herde. Therapie. Die Medikation besteht aus Antibiotika, sofern der Erreger bakteriell ist, einer Inhalation und pflegerisch alle Maßnahmen der Pneumonie-Prophylaxe, wie zum Beispiel das Einreiben des Rückens mit Atmungsöl, die Verwendung von inspiratorischen Atemtrainern, wie dem Triflow. Wichtig ist es, die Ventilation, also die Belüftung und die Perfusion, also die Durchblutung der Lungenareale, zu unterstützen. Es sind nicht immer alle Areale gleich gut ventiliert. Beispiel im Stehen sind die oberen Lappen besser ventiliert als die unteren. Deshalb muss es zu Lagerungswechsel oder zur Mobilisation kommen. Eine Lungenentzündung kann auch Folgen haben. Zum Beispiel kann sich die Entzündung aufs Rippenfell ausbreiten oder es kann zu einem Pleura-Argus kommen. Außerdem kann sich ein Abszess bilden. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Sepsis, also einer Blutvergiftung, oder dem Atemversagen kommen. Hier noch alle wichtigen Vokabeln zur Krankheitslehre. Das war's zur Lungenentzündung. Zum Verständnis mach das Video Lungenanatomie. Und vergesst nicht, Medizin kann so einfach sein.